Ewald. Oh, der Schrauder war sehr böse, sehr streng. Okay. Ich habe sie schon lange nicht mehr so glücklich gesehen. Oha. Dies hat dem Anwesen neues Leben eingehaucht. Ich danke dir, Branapur. Oh, dann habe ich ihn aber falsch eingeschätzt. Als Terrain den Thron bestieg, eliminierte er die hohen Steuern, die der Regent durchgesetzt hatte. Zudem verfügte er, alle Ländereien zurückzugeben, die man jenem geraubt hatte, die nicht zahlen konnten. Ach du meine Güte. Die Bauern baten mich, die Anschlagbretter abzureißen. Das heißt auf gut Deutsch, der war überhaupt nicht beliebt, dieser eine Schuft. Es gibt Gerüchte, Luban stecke mit Scherichts Armee unter einer Decke. Ja genau, Schericht heißt der. Luban war äußerst besorgt. Er fand, es sei verdächtig, wie leicht der bösere Gent gestorben ist. Die Menschen missverstanden seine Sorgen und so machte sich das Gerücht zur Runde. Im Namen aller im Land möchte ich dir für deine Hilfe danken. Ja gerne doch. Du suchst Aufzeichnungen, die Nahun persönlich hinterlassen hat. Aufzeichnungen dieser Art liegen wahrscheinlich im Tresor an Nahuns Geburtsort. Den Tresor verwaltet mein Meister. Na so ein Zufall, Graf Montiquier. Wie der Zufall will, ist er gerade daheim. Ja mein Gott, er schaut wahrscheinlich gerade die Papiere durch, die ich brauche. Dann fragen wir ihn doch mal. Fragen wir ihn doch einfach mal. Oh, du bist der Ritter, der König Tyrene auf dem Thron geholfen hat. Okay, der ist aber auch gut genähert, würde ich mal sagen. Du willst die Aufzeichnungen meines Vorfahren sehen? Brauchst du dafür etwa die Tresorschlüssel? Was ist das für eine Frage? Natürlich. Selbst wenn ich dir die Tresorschlüssel gebe, bräuchtest du immer noch die Schlüssel zum Anwesen meines Vorfahren. Mein jüngerer Brüder hat diesen Schlüssel. Ob schon es mich schmerzt, diese Made Bruder zu nennen. Guckt euch mal an, wie schön hier, warte mal, lassen wir uns das erst fertig machen. Er ist eine Schande der Familie, wollte sie auf die Seite von Schericht schlagen und die lutheranische Dynastie beenden. Schon von Bijoux zu sprechen, vermisst mir die Stimmung. Verlasse auf der Stelle mein Haus. Also das darfst du nicht machen, ne? Bloß weil du einen Hass auf Bijoux hast und ich frage nach Bijoux, brauchst du keinen Hass auf mich haben. Schaut euch mal an, wie schön es hier alles ist. Das ist genau das, was ich vorhin versucht habe in der letzten Sendung zu sagen, in der letzten Folge. Es sind hier einfach diese Kunsthandwerke. Es ist alles auf einem ganz anderen Niveau. Wer ist denn das hier? Ich habe dein Gespräch gehört. Du suchst die Aufzeichnungen, die unser Vorfall im Tresor hinterließ. Ja. In dem Fall brauchst du beide Schlüssel. Offen gesprochen glaube ich nicht, dass sie hilfsbereit sein werden. Sie haben sich zerstritten, die zwei Brüder. Alles wegen dem Regenten. Ja. Weil Bijoux sich gegen den Regenten stellte, musste Vater viele Steuern zahlen. Ja, aber das mussten alle, oder? Alle mussten Steuern zahlen. Mein Onkel stellte sich dem Regenten nicht in den Weg. Weil er sich betrogen fühlte, brach mein Vater jeden Kontakt zu meinem Onkel ab. Dann ist das hier der Sohn und der Onkel. Das ist ja dann von dem Vater der Bruder. Nun, da der Regent fort ist, wünschte ich, dass sich Vater und Onkel vertragen. Aber beide sind recht dickköpfig. Da das Bijoux-Wesen anwesend gerade mit der Ernte beschäftigt ist, könnte es helfen, wenn du ein paar Erntewerkzeuge im Namen meines Vaters mitnimmst. Wie ist der Zufall, so will, ließen die Männer von Regenten Scherich ihre Waffen zurück. Vielleicht könntest du die verwenden. Du kannst das Bestellformular für Erntewerkzeuge vom Hofverwalter nehmen und es dem Grobschmied bringen. Der soll aus Waffen jetzt Erntewerkzeuge machen. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so dumm. Das Grab von König Luthera war legendär. Man sagte, darin soll sich die erste Arche befinden. Es könnten Hinweise auf den Standort des Grabes bei Nahuhns Geburtsstätte geben, der das Grab entwarf. Ich soll nach uns nachfahren, aufsuchen. Machen wir das doch mal. Ritter Pranapur, solltest du auf dem Weg zu Bijoux anwesend sein, würdest du mir wohl zur Hand gehen? Ich habe einen Plan ersonnen, wie man diese Fede beenden kann. Und ich brauche die Hilfe meiner Cousine Elia. Ich habe diesen ganz einfachen Plan, bei dem wir vorgeben, ein Familienerbstück zu zerstören, um sie zusammenzubringen. Sie werden definitiv beide zustimmen, denn wir so etwas Wichtiges nicht zerstören dürfen. Ich habe diesen höchst realistischen falschen Rubin sowie ein Bestellformular mit den exakten Details des echten Erbstücks. Bitte bringe beide zu Turner, er ist der Beste, den es gibt. Und selbst nachdem das erledigt ist, kann ich leider immer noch nicht zum Bijoux anwesend gehen. Unsere Väter würden das niemals erlauben. Bitte bring Elia den Ring, wenn er fertig ist, und verrate ihr den Plan. Aha, so, so, Elia. Ja, ja, wir wissen schon, was da wieder abgeht hier. Ein Tränkehändler, ehrlich jetzt, okay. Ich bin lauter Taschen. Ich habe hier Adepten 35, woanders er war da doch. Ja, ja, 35, das passt schon. Ja, der letzte hat 25 gekostet. Butler des Montiquier-Anwesens Ewald. Na, was will er denn? Brannabur, hast du einen Augenblick? Ja, aber klar doch. König Terrain gab den Befehl, dass alle unrechtmäßig eingesammelten Tribute dem Volk zurückgegeben werden. Wenn du ihnen sagst, werden sie sicher hoch erfreut sein. Könntest du den Tribut zu Hofverwalter Biko bringen? Liefere das Tributpaket an die Höfe. Als neuer König erließ Terrain, dass alle vom verderbten Regenten gesammelten Tribute an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden sollten. Also auf gut Deutsch, die Steuern, die die Bauern zahlen mussten, das muss ziemlich viel gewesen sein. Diese zu viel gezahlten Steuern, die werden jetzt zurückgegeben. Ja, normalerweise werden die nicht zurückgegeben. Sondern man sagt ganz einfach, ihr zahlt jetzt für einen bestimmten Zeitraum keine Steuern mehr und alles ist gut. Was ist das denn? Eine Beziehung herstellen zu Cabela? Ein Gegenstand zur Erhöhung der Beziehung. Ein Hut, den die Bauern in der Diorica-Ebene als Schutz vor sengender Sonne tragen. Sein einzigartiges Aussehen macht ihn zu einem beliebten Souvenir bei den Besuchern Lutheras herstellen. Herstellen. Tausend! Wie kann man denn den herstellen? Was ist das hier? Keine Ahnung. Ja, wieso kann ich den nicht herstellen? Ich weiß nicht. Ich brauche den Hut. Achso. Gegenstandsmenü öffnen. Steuerung. Herstellen. Steuerung, rechte Maustaste. Geht nicht. Kann gar nichts machen. Wieso kann ich denn nichts machen? Favoritenanzeigen, herstellbares Betrachten. Ich kann es nicht herstellen. Info betrachten. Keine Herstellungsaufforderungen. Was ist das denn hier? Episch. Eine Schnur, die aus gut getrocknetem Diorica-Stroh geworben ist. Ja, was ich denn das herbekommen? Stehe ich nicht. Okay, was Tränke hat man? Oh, was ist das denn? G? Ah. Muss ich die hintragen? Seine Majestät hat befohlen, alles zurückzugeben. Boah. Ich schau mal, wo ich das hintragen muss. Das kann nicht weit sein. Das war nie weit weg. Stallmeisterin? Das ist, glaube ich, nicht ein Quest für mich. Das ist kein Quest für mich, oder? Ja, das ist kein Quest für mich. Das kommt erst noch. Witzig. Witzig. So, Ladies and Gentlemen. Es ist doch interessant, sich hier alles anzugucken. Es ist wirklich schöne... Weiß nicht, Hochsommer scheint es nicht zu sein, aber es scheint so frühlingshaft zu sein. Ah, muss ich es doch hierher tragen. Okay, ja, das wusste ich ja nicht. Ich habe mich angezeigt, wusste ich es nicht, aber jetzt wissen wir es. Na, komm, dann machen wir das mal. Das ist aber weit zum Schleppen. Was ist ein E? Oh, haha, damit es noch schneller geht, ist ja witzig. Ach, so weit ist es gar nicht. Hofverwalter Biko, bitteschön. Ja, die werden sich freuen. Was ist das alles? Was, sie geben allen Tribut, alle Steuern zurück. Ich glaube, die Leute würden jubeln, na. Langlebe, König Terrier! Vielleicht stehen die Dinge gar nicht so schlecht. Wir sollten den Bauern die gute Neuigkeiten direkt überbringen. Meister Nourin möchte die allerbesten Farmwerkzeuge ordern? Ja. Ich kann das Bestellformular gleich aufsetzen. Wie witzig. Aber ich glaube, die Leute, die die Erntewerkzeuge am meisten brauchen, sind beim Bijou-Anwesen des Flusses runtergegangen. Die dürften in dieser Saison mit der Diorica-Ernte genug zu tun zu haben. Als die Herren noch gut miteinander auskamen, gab es Diorica satt. Sogar genug, um die Pferde zu füttern. Naja, das ist lange vorbei. Hier, nimm dieses Bestellformular. Okay. Sammle die zurückgelassenen Waffen ein. Sammle die zurückgelassenen Rüstungen ein. Im Namen des Ältesten. Na komm, dann machen wir das mal. Das ist interessant. Ladies and Gentlemen, wir werden jetzt da noch hinreiten an dem Ort. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in einem der nächsten Folgen. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Folgen. Euer Nils. Ciao. Ciao. Ciao.